Make a little thing on your finger and push. Also mit Tapes soll man anscheinend gut Glitzer runterbekommen. Wir testen das. Ich hab nur so richtig professionelles Klebeband, aber... Ja, aber naja. Ich muss schon sagen, ich hab mir so ein bisschen... Ich hab mir ein bisschen mehr erhofft. Probier das mal im Gesicht und ich reif's richtig rein. Noch ein Versuch. Komm schon. Wieso... Wieso funktioniert das nicht? Wieso soll ich jetzt diesen ganzen Glitzer wieder runterkriegen?